hallo und herzlich willkommen zu aktien news ja kurze zusammenfassung zum gestrigen hexen sabbat ein satz mit x das war wohl nichts würde ich sagen ich hatte euch ja vorher schon gesagt man soll ja das beste offen aber nichts erwarten und es ist auch nichts passiert wir haben hier weiterhin einen kurs unter 25 us dollar bei der gmi und bei der mc unter 5 us dollar wir schauen uns gerade noch mal an beim stonko tracker und zwar haben wir hier 4 55 aber geschlossen calls im geld 43.000 lediglich also da ist von den ganzen calls wo wir gehofft hatten dass sie rüber wandern zum hexen sabbat und der kurs sich dann nach oben dreht nichts passiert das heißt nach wie vor 480.000 out of the money das heißt diesen relevant die kann man gegenrechnen passiert nichts gut dann schauen wir uns die gmi noch mal an da sieht es ähnlich aus wir haben ein schlusskurs von 23 dollar und 93 cent sogar unter 24 sogar weiter runter gedrückt da haben wir hier 105.000 calls im geld was natürlich auch nicht sonderlich viel ist wenn man dann hier wieder 86.000 gegen rechnet sind kaum welche im geld das heißt wir haben wieder max pain so in etwa erreicht bisschen über max pain irgendwo war max pain wahrscheinlich bei 22 dollar und bei der mc irgendwo bei 4 50 oder sowas also das heißt der markt beziehungsweise emittenten die short seller haben hier wieder ganze arbeit geleistet um hier den kurs so weit unten zu halten damit es hier keine chance auf einem gemma squeeze gibt dass wir hier quasi unten gehalten werden vom kurs und sich der kurs nicht nach oben schrauben kann damit die optionen hier noch alles geld gelaufen werden hier bei der gamestop haben wir sogar 620.000 calls die noch hätten ins geld laufen können wenn der kurs hochgegangen wäre das wäre natürlich gamma squeeze verdächtig gewesen wenn ihr noch eine einige rüber gelaufen wären da werden die auch wieder zurück gelaufen das heißt ja aber ist nicht so wie gesagt ja satz mit x das war wohl nichts muss man halt hier wirklich sagen und wie gesagt man darf sich hier tatsächlich nicht irgendwo immer zu viel hoffnung machen so termine sind ja meistens irgendwo ja auf ansage passiert meistens ja nichts es gibt immer wieder so ansagen termine jetzt wieder für montag gibt es hier wieder jeden ansage bei reddit und zwar gibt es da die ansage dass da das cat system für die swaps hier quasi aktiviert wird und ja was passiert werden wir dann am montag sehen das ist im prinzip hier dieses hier am 24 juni wird es hier aktiviert und was passiert wird man sehen am montag ich wage hier keine spekulationen abzugehen wie gesagt bei reddit bei twitter und überall da wird halt viel spekuliert viel hoffnung gemacht und viel irgendwo geschrieben was alles im endeffekt passieren könnte da sind darüber hinweg glaube ich hier in dieser community wir waren auch am anfang war noch zwei jahren bestimmt haben wir auch terminen entgegen gefiebert und ja und es ist nie was passiert dadurch wo man sehr sehr stark enttäuscht deswegen wie gesagt mein credo ist nichts erwarten hier tatsächlich nichts erwarten aber das beste hoffen wenn ihr da so rangeht dann denke ich mir kann man hier ganz gut durchstehen wir haben ja auch schon starke ausschläge gesehen bei der gmi und auch bei der amc die dann ganz kurzfristig zustande kamen durch roaring kitty und von daher denke ich mir ist es hier so dass hier tatsächlich jeden tag was passieren kann darkpoolsignale zeigen hier auch ein bullisches signal jetzt von der gmi also wenn diese zwei werte hier im minus sind das heißt dass es sehr sehr bullisch ist und das ist quasi diese indikatoren die hier vom darkpool zeigen das sind im prinzipiert zwei milliarden us-dollar 2,4 milliarden us-dollar im minus das heißt das ist eigentlich ein super bullisches signal bei der gmi bei der amc auch ein super bullisches signal mit 353 millionen us-dollar im minus als negative position quasi in darkpools das heißt ja also es ist aber von darkpool seite ist es hier tatsächlich ein bullisches signal was momentan generiert wird wenn wir uns die technik anschauen da sieht es natürlich nicht so bullisch aus muss man sagen momentan aber wir sind hier bei der gmi hier über der 50 tage linie das heißt bei der 50 tage linie spätestens bei 20 dollar 75 21 dollar müsste der kurs eigentlich spätestens drehen normalerweise wenn er nicht vorher schon dreht wir haben rsi von unter 50 das heißt hier ist vom rsi her auch luft nach oben es sind momentan keine bullischen signale vom chart zu sehen vom darkpool die signale sind bullisch aber hier keine ahnung vom chart sieht man hier natürlich keine bullischen signale bei der amc sieht ähnlich aus auch keine bullischen signale vom chart gesehen gerade ist jetzt hier der kurs ist unter der 20 tage linie ist momentan beim 168er fibonacci retracement ich nehme an dass es hier dann drehen wird bei diesen 168er fibonacci retracement also so könnte es sein oder kurz da runter abprallen aber ist ja immer wieder hier abgeprallt am 168er fibonacci retracement kann ich mir vorstellen dass das hier die unterstützung ist in dem bereich und dass wir da wieder abprallen und vielleicht noch ein bisschen weiter seitwärts laufen bis dann der nächste impuls kommt und der gmi wahrscheinlich eher der dann im endeffekt ja vielleicht ja hier vielleicht wieder ein kurs feuerwerk verursachen wird wobei die amc hat hier auch noch mal eine ganz gute nachricht amc mit gespräche mit kreditgebern auf um schulden abzubauen und laufzeiten zu verlängern das ist auch eine aktuelle meldung von bloomberg und zwar wie gesagt haben sich amc vertrauliche gespräche mit einigen seiner kreditgebern um die senkung der schuldenlast und die verlängerung von kurzfristigen laufzeiten herbeizuführen auf jeden fall wäre das natürlich auch eine good news wenn da natürlich jetzt das rauskommen würde dass man zum beispiel diesen megakredit von von fast drei milliarden mittlerweile von 2026 wenn man den noch irgendwie umschulden könnte oder wie auch immer das wäre natürlich schon tolle sache wenn man da natürlich irgendwo was herbeiführen könnte wenn man im prinzip um schulden könnte laufzeiten verlängern könnte schulden dann auch noch jetzt abbaut man hat ja ein bisschen kapital generiert weil ich noch mehr generieren können bei der emc aber gut das ist halt im prinzip die situation und da könnte natürlich was passieren bei der gmi sieht so aus dass das ja klar viel geld generiert wurde vier milliarden sind da generiert worden insgesamt gesehen was man jetzt da an cashflow hat und da darf natürlich gespannt sein was da passiert mit dem geld ich hätte mir gewünscht dass hier am hexen sabbat irgendwie eine meldung rausgekommen wäre und dann hätte natürlich hier eine riesen kurs explosion stattfinden können mit so einer top meldung vielleicht indem man gesagt hätte wie man mit den vier milliarden umgehen will wie man die finanzieren will was für ideen man hat und dann hätte sie natürlich richtig hoch gehen können durch diese meldung ich verstehe sowieso nicht warum diese meldungen oder solche meldungen nicht tatsächlich an so hexen sabbaten kommen weil dort hätten sie natürlich den größten effekt ich habe mal nachgeforscht also es gibt keine nachrichtensperre an diesem tag heißt die hätten daher auch schon nachrichten rausgeben können die unternehmen die könnten nachrichten rausgeben auch die gmi auch die emc auch an solchen tagen gerade am hexen sabbat würde das nicht super effekt haben wenn man da natürlich eine top news raushauen würde und dann der kurs hochgehen würde und sich dadurch natürlich die optionen nach oben schrauben würden und dann könnte natürlich sowas wie so gemma squeeze natürlich gut vonstatten gehen aber gut passiert nicht ist nicht passiert warum es nicht passiert weiß ich nicht irgendeinen grund wird es haben vielleicht haben sie jetzt auch noch keine idee was sie mit den vier milliarden machen werden aber da sind auf jeden fall noch mal ja noch stehen noch ein paar guten news aus bei der gmi wie gesagt bei den vier milliarden die halt investiert werden oder ein teil davon zumindest in neue geschäftsmodelle oder wie auch immer und bei der emc steht das natürlich mit den schulden an dass sie refinanziert werden dass das natürlich dann auch noch irgendwie umgeschuldet werden kann das natürlich noch gut news die noch anstehen könnten die den kurs hier beflügeln könnten wäre halt schön gewesen wenn es jetzt gerade zu diesem zeitpunkt gewesen wäre wo halt so viele optionen ins geld laufen könnten die dann natürlich ein gemma squeeze hätten auslösen können das wäre super gewesen ist leider nicht so ja muss man mit leben gut wir schauen uns gerade die ort ex zahlen an von der emc wir sind da bei einem short interest von 15 prozent knapp und haben 55 millionen shares sind short der erste geliehen werden können 64 millionen utilization 64 75 und der short score bei 66,69 da hat sich nicht so viel verändert das haben wir uns angeschaut wir haben uns das auch angeschaut darkpool signal haben uns angeschaut den kurs haben uns angeschaut den chart ja hier haben wir noch mal was gesehen hier um 13 uhr gab es hier nochmal bei der gmi einen kauf von 1,99 millionen aktien im wert von 2 plus also 23 dollar 93 pro stück und da hat jemand 1,99 millionen aktien gekauft das war gestern quasi am 21 juni habe ich jetzt auch hier mal rausgesucht könnte im prinzip spekulation sein dass es am montag vielleicht einen kursanstieg gibt nach oben wir werden sehen was passiert auf jeden fall bleibt spannend bei der amc bei der gmi rund um diese aktien auf jeden fall sehr sehr spannend und wie gesagt grundsätzlich erwartet von diesen aktien erstmal nichts hofft aufs beste und erwartet nichts und dann seid ihr auch nicht enttäuscht haltet euch nicht an terminen fest schaut nicht so viel bei reddit oder bei twitter also ich meine ihr könnt reinschauen klar ich schaue da natürlich auch regelmäßig rein aber tut euch da nicht so sehr beeinflussen lassen von irgendwelchen terminen die dann gesagt werden dieser termin wird hier alles rocken und wird hier alles nach oben schießen lassen am besten im endeffekt einfach abwarten tee trinken schauen natürlich dass man ja hier dann auch zum richtigen zeitpunkt auch dann aussteigen kann jetzt das muss natürlich jeder für sich selber seine exit strategie da irgendwo festlegen und ja das ist im prinzip das was ich euch hier mitgeben kann bei diesen aktien und ich kann mir vorstellen der nächste schub nach oben kommt also es muss nur was kommen von ron kitty oder schulden um strukturierung oder etwas vom ceo von gmi was mit den vier milliarden passiert also da sind noch impulse da die hier bei der aktie nach oben schießen lassen können und da dürfen wir auf jeden fall gespannt sein wann das passiert und inwiefern das dann den kurs nach oben katapultiert gut würde mich freuen auf jeden fall wenn den kanal abonnieren wird und die glocke hinterher läutet um nichts zu verpassen von der gmi von der emc von anderen aktien und auch crypto währung ansonsten lasst euch gut gehen und wir hören uns wieder tschüss tschüss